So, hello, hello, heute spielen wir wieder Master Builders Und was gibt's hier? Hier gibt's ein Cave, okay, nein, nein, ein Stick, okay, ein Stick ist, glaube ich, relativ schwer, ein Jellyfish Oh, oh, ein Jellyfish haben wir schon gehabt Ich mach mal hier Cave, ich hoffe, das Cave gewinnt Okay, Bread, was? Ein Brot? Okay, 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 ein Brot Okay, ich mach hier mal so ein Brot, ähm, äh, mach ich hier mal so ein Bread Nämlich so ein Brotbrett, wo man was schneiden kann Und ich mach ein Messer dazu, so ein Aufstreichmesser oder so Okay, die Brotkruste mach ich auf jeden Fall mit Aukwurz Und wie mach ich die Dings mit Birken, mit Birken, äh, Holz Mach ich so, mach ich hier mal das, äh, das Brett hier, wo das, äh, Dings, das, ähm, Brüder geschnitten wird Mach ich so, bam, und so Hier drauf mach ich nachher, nehm ich das Brot Ich hoffe, das ist nicht zu kurz hier Ja, ich glaube, das ist zu kurz Mach ich das ein bisschen länger Nämlich, ich mach so ein richtig großes Brot So ein richtig knuspriges Brot, das grad vom, ähm, Ofen kommt Ich glaub, ich mach sogar hier einen Ofen daneben hin So, dann mach ich das so Bam, 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 bam Ich hoffe, das ist symmetrisch in etwa irgendwie So, mach ich so So, bam, bam, bam Und innen mach ich das so Mit dem Birkenwut Im Birkenholz hier, fühl ich das hier aus So Ähm, drei Minuten Zeit Ich hoffe, wir haben keinen Zeitdruck Muss hier schnell sein, ganz kurz Also das Brot hier auch noch zusammenbringen Ich glaube, ich mach's mit Terrakottas Brot So, bam, bam, bam Ich glaub, oder Ich mach statt einen Ofen mach ich, glaub ich, ähm, einen Teller daneben Wo so Nutella Nutella ist, der daneben steht Das wird nachher richtig cool, ne Ich hoffe, ich bringe das alles hier In der Zeit hin Äh, ich hoffe, ich hab keinen Zeitdruck Aber eigentlich schon Aber, ja, so Egal Ich brauch's mal das Brot In der Hoffnung, dass ich hier nicht, ähm In der Hoffnung, dass ich Das hier ausgeht So, dann brauch ich das Brot Das war mit Terrakotta Mit dem hier Dem hier Und Ähm, was Genau das So, mach ich das So Mit dem Brot hier So, bam, bam, bam So Bam, 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 bam Das ist einfach so Einfach Kuddelmuddel so aussieht Nachher mach ich hier so Dass es abgeschnitten ist Hier, genau Dass das Kuddelmuddel entsteht Hier Das soll einfach Wie so ein random Brot hier aussieht Weil Brot ist auch nicht so richtig perfekt So perfekt, äh Abgeformt hier So, es sieht eigentlich gar nicht So schlecht aus Ähm Zum Brot Ja, vielleicht so Und hier so abgeschnitten Würde ich sagen Ah, das Sieht nicht bad aus Aber, ah Doch, es Es geht schon Doch Das ist nicht Schlecht Ich würde sagen Dann mach ich hier so Oh, oh Okay, das sieht Nicht gut aus Ähm Kann ich das noch besser machen Ich glaube ich Kann es hier mit Ja, das Das sieht cool aus Ich glaube ich Dann brauche ich hier noch Ähm Genau Oder soll ich das Hier so machen Hat nicht Brot hier oben Hat das auch solche Sprünge Oder wie sagt man hier Solche Sprünge Mach ich so Bam Bam So So Ja, dann mach ich das so Es sieht doch hier aus Wie ein Sprung Hoffe ich Das sieht so komisch aus Ich kann es mit Stairs hier Verschönern Hier irgendwie Ich glaube ich Mach es einfach hier Ein bisschen schmaler Dann sieht das auch besser aus Hoffe ich So Doch Das geht doch schon Oder So Mach ich hier noch schnell Das Messer Mach ich Aranza Und Und hier Das Birken Äh Nicht das Birken Wer ist das Äh Das Dark Oakwood So Mach ich so Mach ich hier Noch schnell Hier ein Messer hin Oh oh Ich glaube Die Runde haben wir Irgendwie gefällt So Oh oh Ich glaube die Die Runde hier haben wir gefällt Aber egal Es sieht nicht bad aus Es soll hier so ein Messer sein Brot bauen bin ich halt nicht so gut Mach ich hier noch Glas Und hier Äh Wer ist ein Terracotta oder so Oder white concrete Ne es geht nicht Manche Wer ist ein Terracotta Und den Äh Wie mach ich den Boden Äh Terracotta Mach ich hier mal Einen grünen Boden Ich meine Why not Why not Einen grünen Boden Mach ich hier noch schnell Ein Glas So ein Bronze Dings Oh 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 Okay jetzt sieht das aus Oh 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 es sollte eigentlich nur Teller darstellen Aber irgendwie Ja egal Okay was hat der gemacht Okay lol Der hat es richtig cool gemacht So ein Brot Na gut Es sieht nicht so cool aus Die Runde wird wahrscheinlich ein bisschen Ähm Nicht so gut Das hat der gemacht Okay Das ist irgendwo Naja das ist Das ist super Pop Ich denke es ist ein rotes Brot hier Ja klar Das ist gut Ah es geht nicht gut Ah okay es ist ein horse Ah es ist ein krieg Naja das hat der gemacht House of bread So Das ist der Das ist ein Käse Das ist doch ein Brot Also Käse Gut immerhin ein Tisch Ich mach mal Poop Ich meine Why not Ein Poop Das soll schon gehen Hat er geschrieben Eine Waffe Okay lol Das ist ein Baguette Für die Idee gibt es Ah es gibt Es gibt Äh Einen Poop Einen Chat auch Na gestreben Okay das ist immer Als richtig bei der Sola Na ich glaube ich bin nicht so gut Aber die haben jetzt auch nicht Okay der hat auch Nutella gemacht Wollte halt auch Nutella machen Es gibt Kriegt ein Poop Wahrscheinlich Wahrscheinlich bin ich einer der letzten Okay was hat der gemacht Okay der hat das gut gemacht Der kriegt ein Goot von mir Ich hab noch ein gutes Messier gemacht Ich hab halt relativ wenig Zeit gehabt hier Oh Okay ich bin Achter Okay Achter ist gar nicht so schlecht Weil ich glaube dass der hier gewinnt So und dann sehen wir uns gleich Noch eine Runde So eine neue Runde Neues Glück Was haben wir Superhero Watch Sandcastle Parachute Parachute ist ein Falsch Ich glaube ein Parachute kann ich gut machen Ah okay Ja es ist sogar ein Falsch Das ist gut Ich hab mir nämlich schon was überlegt Da kann ich nämlich hier Ein Flugzeug bauen Brauche ich nämlich Soll ich mit Wolle machen Früher wo es noch keine Terracotta Oder sowas gegeben hat Hat man immer alles Äh mit Ähm Äh Wolle gemacht Auch so ein Flugzeug Kann mich nicht noch erinnern Die ganz alten Zeiten Haben alle Nur mit Wolle hier Ähm Okay ich mach kurz ein Äh Bloodby umrecht Dschungel Da haben alle immer hier Ähm Ein Flugzeug als Wolle gemacht Weil meine Idee ist hier Zum Flugzeug machen Also bei euch so Äh Wo Nach einer rausspringt Und da ist ein richtig Großer Parachute praktisch Also ein richtig großer Fallschirm Parachute heißt Fallschirm Das ist dann mach ich ein kleines Flugzeug Okay ich glaub das ist schon zu groß Ich glaub das passt hier so Äh die Größe So bam 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 Und so Dann baue ich das hier noch so zu Und hier noch ein äh Packende Fenster So und dann mach ich hier da vorne gleich den Äh okay warte ich brauche Quartz Aber ich seh da vorne gleich den Dings hier den äh Wie heißt das nochmal den äh Den Sitz halt wo der Dings hier sitzt der Pilot So bam 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 Sieht gar nicht so schlecht aus Das nimmt richtig cool aus eigentlich So Da oben kommt noch nicht Nämlich eigentlich Kommt da in der Mitte auch noch so ein Ich mach's doch Drei groß Dann kann ich nämlich besser Äh malen Sag ich schon Hier besser Bauen Mal so bam 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 Weil in der Mitte kommt nämlich auch noch so ein Dings hoch Das ist nämlich bei Flugzeugen hier so Mal so bam 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 Und so bam 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 Okay ich hoffe das geht jetzt wieder mit der Zeit aus Aber es wird wieder relativ kritisch glaube ich So Doch das passt schon sehr so Mal noch so So ein bisschen Farbe könnte ich eigentlich reingeben Terracotta So bam 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 Und hier noch da hier so Bam 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 So dass ein bisschen Farbe hier drinnen ist So und hier das äh Hier das Dings schon Ist das halt Wie sagt man es hier das Dach Vom Flugzeug Aber vom Flugzeug Ich bin schon lange mit kein Flugzeug hier mal geflohen Das ist irgendwie Äh viel zu groß Also ich mach's Äh äh Ein Ticken kleiner hier Aber ich hoffe Ich bekomme das hier noch hin Oh oh Ich glaub das wird sehr knapp Hier mit dem Flugzeug Ich muss nämlich den Parachute ja auch noch machen So noch Bam 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 Und so Manche haben auch äh Sächer Sessel Ich mein Soll schon passen So bam 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 Und so Manche schnell das Dach zu Und da vorne mach ich schnell das Glas 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 Manche blaues Glas Oh oh Das sieht richtig Komisch aus Sag mal So bam 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 Und so Doch das soll schon passen Sieht cool aus irgendwie Ah doch das passt schon Setz noch den Fallschirm hier Oh ich muss das Gas auch noch erbauen Oh oh So bam 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 Und hier jetzt den Parachute schon auch schnell Äh Terracotta Ja so den und den Und äh Fans Genau so ein Teil Genau so Mach ich jetzt so Oh oh Ich hab ihn Eher abgebaut So mach ich so Bam 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 Und hier kommt jetzt der Parachute hin Parachute Bam 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 So und hier ist noch so ein Typ Ja warte mal Ich brauche noch Terracotta Das ist ganz schnell Terracotta Äh hier das Und das Und hier ähm Äh der Pressure Plate Nämlich mit so ein Haar Das irgendwie aussieht Als hätte der hier Haare Oh oh Dann hier so bam Und bam Und so Oh oh Das soll schon passen hier irgendwie Das soll schon passen hier Das ist hier so ein kleiner Typ hier runter fliegt Okay da Ah ne Das sieht aus wie ne Qualle hier Mach ich super Pup Ja Mach okay Ja gut Pup mach ich Das ist nicht wirklich ein Fallschirm Aber eins ist richtig gut geworden Fall mir gerade auf Was hat der gemacht Der hat ja so ein Zeppeling gemacht Ja Ist gegen okay Weil es ein Fallschirm ist Besser als das vorherige Der hat ja genau das selbe wie ich gemacht So der hat schon besseren Fallschirm gemacht Ja aber er hat sich jetzt Spuren hier hinten gemacht Das heißt das kriegt ein okay Ich meine etwas hier Okay weißt du Der Der hebt einfach irgendwas Nicht so aus Das wäre das hier ein Fallschirm Das kriegt ein Pup Weil hier so eine Person angemacht hat So jetzt kommt wahrscheinlich gleich eins Oder Ne Was steht hier Ist Fortnite Please legendary Das ist der Fortnite Bus Okay das kriegt Das kriegt ein Epic von mir Nur weil es der Fortnite Bus ist Das ist richtig cool Okay was ist das hier Okay was cool Ja gut auch ein Fallschirm hier Aber auch eine Person Das kriegt okay Ich habe hier den Himmel gemalt Aber Ja Der hat auch hier so einen Himmel gemalt Das sieht so aus Er hat ihn nachgemacht hier Aber ich glaube nicht Dass er dann nachgemacht hat So Was ist das Oh Okay der hat einen Villager gemacht Das hätte ich auch machen können Aber Das kriegt Okay Aber ich habe ein Flugzeug gemacht Das ist legendary Lock heißt das legendary Okay was hat der gemacht Der hat auch wieder So eine Person Mit einem Eisen Mit einem Eisen Fallschirm Ich glaube nicht Dass irgendwer Das Eisen Fallschirm nimmt Oder So ist das Okay der hat nur ein Parasol Also nur ein Fallschirm Ja das kriegt okay Weil keine Person hier drauf ist Ich hätte ein Gut geben Wenn eine Person dabei gewesen Weil ein Falsches fliegt Nicht einfach so Und da war es das Ja das ist ein bisschen Naja ich kriege Es kriegt ein Pop Ist ja nicht so gut Okay mal das Okay das ist meines Das ist cool Eigentlich Hier mit dem Flugzeug Was geben die Geben alle gut Okay das ist cool Die alle hier gut geben Der eine Schrift Keine Flügel Ich hatte keine Zeit mehr Flügel zu bauen Okay Okay das ist ein Helikopter Ja Oh Unabsichtlich Legendary Game So was ist das hier Ähm Ja es kriegt Einen Poop Ich sag okay Okay lord was ist das Das ist auch Ja es ist Nicht wirklich ein Fallschirm Es kriegt auch wieder Okay es ist ein Fallschirm Aber ein Skelett Fliegt doch nicht wie ein Fallschirm Ja Ich glaube der hatte auch Keine Stat Nicht wirklich Oh okay was bin ich Lord ich bin Dritter sogar Okay immerhin etwas Okay der hat gewonnen Okay nice So das ist jetzt viel Mit der Runde Und ähm Abo und Like Da für mehr Master Builders Vielleicht nächstes Mal Mit Tobes und mit Flo Und ja Und ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal